Es wollte ein Schneider wandern, am Montag in der Früh. Begegnet ihm der Teufel, er hat weder Strumpf noch Schuh. Er sagte, hey du Schneiderxell, musst mit mir in die Hölle. Du musst uns Teufel kleiden, es geht wie es will. Du musst uns Teufel kleiden, ja, es geht wie es will. Musik Sobald der Schneider entkam, dann nahm er seinen hellen Stamm. Er schlug den Teufel die Buckel voll, die Hölle wohl auf und ab. Hey du Schneiderxell, musst wieder raus der Hölle. Wir brauchen nicht das Messenein, es geht wie es will. Wir brauchen nicht das Messenein, es geht wie es will. Hey, nachdem er all gemessen hat, dann nahm er seine lange Stier und stutzt den Teufel der Schwänzlein ab. Sie hupften hin und her und sagten, hey du Schneiderxell, pack dich nur raus der Hölle. Wir brauchen nicht das Stutzen, es geht wie es will. Wir brauchen nicht das Stutzen, nein, es geht wie es will. Hey, da zog er's Bügeleisen raus und warf es in das Feuer. Er strich, der Teufel der Fallte raus. Sie schriert ungeheuer und sagten, hey du Schneiderxell, geh du nur raus der Hölle. Wir brauchen nicht das Hügeln, es geht wie es will. Wir brauchen nicht das Hügeln, nein, es geht wie es will. Er nahm den Friemen aus dem Sack und stach sie in die Kopf. Er sagt, halt schnell, ich bin schon da, so setzt man bei uns Knöpf. Hey du Schneiderxell, geh einmal raus der Hölle. Wir brauchen nicht zu kleiden, nein, es geht wie es will. Wir brauchen nicht zu kleiden, nein, es geht wie es will. Drauf nahm er Nadel und Fingerhut und fing zu stechen an. Er nährt den Teufel der Nasröcher zu, so eng er immer kann und sagten. Hey du Schneiderxell, mach dich nur raus der Hölle. Wir können nix mehr schnaufen, nein, es geht wie es will. Wir können nix mehr schnaufen, nein, es geht wie es will. Fängt er an zu schneiden, ja, das Ding hat ziemlich brennt. Er hat den Teuflein mit Gewalt, die Ohrlöckchen aufgetrennt. Sie sagten, hey du Schneiderxell, marschier nur raus der Hölle. Sonst brauchen wir den Bader, es geht schon wie es will. Ja, sonst brauchen wir den Bader, es geht schon wie es will. Hey! Nach diesem kam der Lucifer und sagt, es ist ein Kraus. Kein Teuflein hat kein Schwanzlein mehr. Er klient zur Hölle hinaus. Er sagte, hey du Schneiderxell, pack dich nur raus der Hölle. Wir brauchen keine Kleine, nein, es geht halt wie es will. Wir brauchen keine Kleine, nein, es geht halt wie es will. Der Teufelsgeiger! Wir brauchen keine Kleine, nein, es geht halt wie es will. Wir brauchen keine Kleine, nein, es geht halt wie es will. Balkan Kendall verbal. Nachdem er hat nun aufgepackt, da war die Herst recht wohl. Er hüpft und springete unverzagt, lacht sich den Buckel voll. Ging eilends aus der Hölle und blieb ein Schneiderxell. Drum holt der Teufel kein Schneider mehr, er stehe so viel Erwöll. Drum holt der Teufel kein Schneider mehr, er stehe so viel Erwöll. Zwo, drei und...